Lass mich das für eng zu tun! Ja! Fort, mal dein Gesicht! Lass dich zu, dass er dich... Schlag ihn doch mal! Jedes Mal, wenn du jetzt einen Game-Boot macht, kann er nicht blocken. Jetzt, wir ihn rein! Na, gegrillte Fledermausflügel! Da oben ist das Ast. Auf! Auf! Ha! Ha! Schlag ihn nieder! So! Alles okay, Kumpel? Ach, jetzt müssen wir noch den Elektrostab. Na, ich will den doch gar nicht. Was ist das? Was ist das? Lass dich zu, dass er dich denkt! Kumpel! Ah! Das ist off! Kumpel! Oh, ja! So... Er hat es wieder geschafft. Ich glaube es nicht. Ich bin auf dem Weg. Nein, nein, nein. Logisch, dass ich es schaffe, oder? Der Plan hat sich geändert, Kindchen. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Tut mir leid, aber der zweite geht leer aus. Du schließt leider nicht mehr auf der Partyliste. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Nein! Tja, so schnell kann es gehen. Die große hässliche Bledermaus! Hey, Hände weg von der Ware! Das ist meine Partyliste! Ruhig. Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv. Sag du es mir! Ah! Nein! Nein! Ah! 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 Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus! Du wirst sehen! Du wirst sehen! Du wirst schon sehen! Ohriger, ich bin hier fertig, Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke gespielt. So kannst du das Geheimlabor in den Gärten finden? Ja, Harley war überall auf der Insel, also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweist. Okay, pass auf! Ich habe den Waintech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden also eher heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Und wir sind wieder mal auf einer Mission, wo wir folgen müssen und da müssen wir jetzt in die botanischen Gärten hinein. Na, auch nicht schlecht. So. Die werden da noch nicht sein, die Fingerabdrücke, die werden erst in den botanischen Gärten sein. Das heißt, was ist eigentlich da hinten? Ach Gott, ist nicht verkehrt. Sollte ich mich vielleicht vorher da noch umschauen, ne? Unfair, unfair, unfair! Ah, da kann man aber nicht nirgends rein, ne? Nö. Da ist eine Tür. Na, bitte. So, da sind wir jetzt in der Schaltzentrale, wo wir zuerst waren. Ist da irgendwas? Kein Objekt geortet. Kann ich da eigentlich? Nein, die kann man nicht mehr aktivieren. Gut, naja, probieren. Ein Versuch ist wert. Was ist das für ein Zeug da? Da irgendwas? Kein Objekt geortet. Aber da, das ist doch sicherlich ein Objekt. Nein, aber ein Tom-Band-Hand. Na gut, sonst gibt's da nix. Oh, da war schönes. Hat sich doch direkt ausgezahlt, die Riddler-Karte. Hol' ich dich vor dem Runter, wir brauchen Hilfe! So, jetzt da noch irgendwo weiter, da kommt man jetzt auf der anderen Seite wieder raus, nehm ich an. Okay. Und da unten? Wo komm ich da raus? Aha, auch wieder da. Okay. Gut, auf jeder Plattform eine Tür. Klaro, käme ich aus. Gut. Dann flüchten wir da mal. Achso, das dauert wieder, wir müssen scannen. Nein, wir müssen da einfach raus. Wir müssen nicht nach oben. Das ist so irre. Achso, warte mal, warte mal. Na, oh ja, da geht's noch grad durch. Oder ist das schon der Raum? Ach Gott. Ja genau, jetzt ziehen wir mal. Zähne. Scann mich. Ich bin's, der Batman, der Batman bin ich. Na komm. Die ist auch nicht mehr zu Hause, die Narische. Achso. Wo bist du denn? Freund. Ah, der schreit nur. Gut. Bin ich jetzt wieder? Oh Gott, wo, wo, wo? Ah, shit, darauf hätte ich müssen. Aber da hinten ist ein Rätsel. Das hole ich mir gleich. Wenn ich schon da bin, hole ich mir halt das Rätsel. Hm. Okay. Was, das ist das Rätsel? Ich habe halt jetzt die Rätselkarte. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Das habe ich doch schon, oder? Ah, alles klar. Alles klar. Gibt's noch nicht? Nein, gibt's noch eins. Gut. In die Luft. Jawohl. Und wir haben die Trophäe. Sehr gut. Die nehmen wir uns doch glatt, die Trophäe. Weil, das gibt wieder mehr Power fürs nächste Upgrade. So. Was wenigstens nicht ganz, wo wir sonst da der Ausflug. Na komm, mach auf die Türe. Da bin ich. Guck, guck. Was ist denn da jetzt wieder los? Eigentlich müsste es da ausgehen, oder? Ja, ich bin auf alle Fälle mal am richtigen Weg. Da links wären auch noch ein Rätsel. Schau, da unten. Die Daten und Bundespolizei besetzen die Checkpunkte. Das stimmt. Da gehen wir doch klatter mal hin. Ist das richtig? Ja. So. Wo ist denn da ein Rätsel? Eine Statue ist, dass eine Trophäe steht da. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Ah, das ist doch sicherlich auch ein Rätsel. Ah, das war jetzt nicht so schwer. Was ist denn da jetzt richtig? Na, klar. Aber natürlich wieder prompt verkehrt. So. Oh Gott, wie komme ich denn da raus jetzt? Das ist jetzt die Frage. Jetzt muss ich da nur noch rauskommen. Ich gebe das dann noch. Ah ja. Na klar. Ich weiß schon wieder. Ich habe die falsche Taste gedrückt. So, genau. Da müssen wir jetzt rausgehen. Ah, die wollen auftauchen, die Irren. Was ist da eigentlich mit Rätsel? Nein, da gibt es keine Rätsel. Gut, gehen wir raus. So, da ist jetzt ein Speicherpunkt. Und bei dem Speicherpunkt werden wir das jetzt Ganze hier beenden. Und ja, ich hoffe, es macht nach wie vor Spaß zum Zuschauen. Also ich finde das Spiel nach wie vor hervorragend, weil es ist einfach, man ist gefesselt in der Story. Also mir fällt auf, ich tue mir oft schwer, wirklich da viel zu quatschen oder was, weil einfach die Story so ein richtig durchgehender Faden ist. Und es sind sehr, sehr viele Dialoge drinnen, also die aber doch immer wieder was bringen und einem wieder um, naja, um ein paar Infos mehr geben. Und das wird so häppchenweise präsentiert und man kämpft sich da mehrmals durchs ganze Irrenhaus durch. Und ich finde es einfach genial, also von der Story her, das finde ich recht gut gemacht. Und auch wie die Gesamtmappe, also die Welt, auf der man sich da bewegen kann, ausgenutzt wird. Obwohl man öfters in die gleichen Räume hineingeht. Man hat nicht das Gefühl, dass man da einfach nur von A nach B geschickt wird, sondern ja, es ist irgendwie Handlung drinnen. Und das finde ich einfach lauernd. Und ich hoffe, ihr schaut es auch beim nächsten Mal zu. Ich sage danke fürs Zuschauen. Pfiat euch. Leidln.